Matthias Schöpflin hat im Jahr 2013 seine Ausbildung abgeschlossen und ist direkt in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Sein Vater hatte bis dahin Wein nur als Fassware verkauft und nicht selbst vermarktet. Mit Matthias hat sich das sofort geändert und man kann sagen, ziemlich spektakulär. Schon sein erster Wein, dieser reinsortige Silvaner, ist in meinen Augen ein großer Wurf. Dieser Wein ist so frisch und saftig, mit intensiven, gelbfruchtigen Aromen und einer verspielten Eleganz. Einfach sehr direkt, animierend und unglaublich lecker.